Hey, Irish, weißt du was für Fische, die im Barco haben? Negativ, Staff Sergeant. Hey, Wrecker. Wrecker, bist du wach? Komm wieder zu dir, Mann. Bleib bei mir. Respekt, Wrecker. Das war gerade echt ne klasse Fahrleistung. Bis auf das Ende. Mach das Licht an, Pack. Shit, der sitzt rührt sich nicht. Das ist der Fiss, Sergeant. Irish, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Panik. Red mich so, aber du jakst mir ne scheiß Angst ein. Pack, hilf mir, den Sitz zu bewegen. Wir sinken weiter. Scheiße, wir holen dich da raus, dann. Hörst du? Niemand. Die Tür klemmen fest. Scheiße. Das lief alles anders als geplant, Irish. Wrecker, nimm meine Waffe. Was soll das heißen dann? Sie gehört jetzt dir. Was zum Hecker soll das? Damit der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Schieß. Nein, tu's nicht. Los, Wrecker. Zerschieß das Fenster. Das ist ein Befehl. Lass die Scheiße sein, Wrecker. Rettet euch. Raus hier. Raus hier. Das ist doch Bullshit, Mann. Hörst du? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Battlefield 4. Wir spielen die Story. Okay, wo muss ich entlang? Ja, ich glaube hier. Genau, ducken. Ich bin gespannt, was bei der Story alles passiert. Jetzt gehen wir mal durch die Tür durch. Hier unten ist ein Gegner. Jetzt gehen wir durch die Tür wieder. Wow. Wow. Runter! Fallen lassen! Verdammt, Tracker. Ich hätte dir fast ins Gesicht geschossen. Wo sind die anderen? Entspann dich, Pack. Wo zum Hecker warst du? Als die Übergabe schief ging, kam ich direkt hierher. Es waren Russen, oder? Speckops, eine Sekunde sind sie da, und der nächste wieder weg. Rief durchatmen, Mann. Hast du die Intel? Ja, ja, hab ich. Sehr gut. Scheiße. Ist schon hell draußen. Wir müssen zum Abholpunkt. Weiß einer, wo Irish ist? Ich dachte, er wäre bei dir. Ich brech die Funkstelle. Tombstone 3. Hier, Tombstone Actual. Wo bist du? Tombstone Actual. Komm aus Richtung Norden. Hier wird's brenzlig. Oh, shit. Benäßiger Feuerschutz. Gemein Rüstung. Was warten, Irish? Wir sind da. Racken, los jetzt. Mach dich bereit. Gebt ihm in Deckung. Wir haben Fenstereinstellung. Wir geben Irish Deckung. Das ist nicht gut. Wir fißen das Munition. Okay, Munition in der Kiste. Okay, jetzt habe ich Munition. Das ist gar nicht gut. Feuer einstellen. Da ist er. Irish, pass auf. Scheiße. Lass mir gehen Ruhe. Lass mir gehen Ruhe. Racken, rein in den Fenster gegenüber. Wir haben dich festgenagelt. Ja, den haben wir. Ah, da ist noch einer. Der ist jetzt auf Roten 9. Nein, noch nicht. Okay. Jetzt, hä? Aber jetzt aber. Das sind auch mehr. Sie ist für sie. Also gut. Da ist auch noch einer. Gut, haben wir. Noch zwei. Ach, da ist noch einer. Das war ein bisschen. Irish, komm hier rauf. Bewegt sich noch was? Gesichert. Hilf mir mal. Alles okay, Irish? Scheiße, Mann. Das ist wohl doch nicht so sicher. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich gehe nachher, was ich eigentlich mache. Zu markieren. Und nicht die Kanade zu hören. Aber egal, wir haben ihn. Okay, jetzt gehen wir hier rüber. Du hast die Planke, du bist sogar in der Runde gefallen Schmeiß mal eine Granate Ja, wir haben ihn Nächste, Nächste Ich bin im Arsch, aber ich stehe noch Such deinen Weg Sollen wir jetzt hier rauskommen? Okay, zerstören Okay, dann nehmen wir das hier Finde ich jetzt am leichtesten Okay Schön dich zu hören, Hawkins Wir machen Fortschritte Schick deine Leute aufs Dach Lass mich nicht warten Okay Hast du dich umgesehen, Wreck? Das Gebäude Ist eher eine Gebäudehälfte Komm schon, Wreck Das Sichtgerät ist echt hilfreich Jetzt haben wir es Direkt voraus Siehst du sie, Wrecker? Ja Ich sehe sie Im Südwesten müsstest du den Abholpunkt sehen können Das sind glaube ich Bomben Das sind ganz schön viele Gegner Vielleicht ist ein bisschen zu viel Okay Okay Nein Das soll ich jetzt nicht Egal, dann laufen wir jetzt los Ich wollte jetzt nicht die Granate schmeißen Jetzt schmeiß ich aber eine Granate Jetzt habe ich ihn aber Ich schmeiß noch mal eine Granate Okay Das ist ein bisschen weiter hinten Mist, ich habe keine Munition mehr Zwei Waffen haben auch keine Da hinten habe ich glaube ich In der Munitionskiste gesehen Gehen wir mal hier hoch Wo kann man nicht Wie komme ich jetzt hier hoch wieder? Ich hoffe jetzt bloß, dass ich noch hier hoch komme Okay, wahrscheinlich eher nicht Ja, ich habe ihn Bist du hängig jetzt? Bin gerade hängen geblieben Jetzt habe ich wieder Munition Na, K12 habe ich sogar So gut, jetzt habe ich zwei Waffen Okay, da hinten Ein Mopschrauber Wir sind jetzt ein Mopschrauber Ah, okay Okay, die Ziele benennen Okay, mit der eins Ja, eine Granate Nein, 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 nein Mist Wow Ich weiß jetzt gerade noch ein Panis Wie man mit dem Heli Angreift Ich will keinen Feuermodus wechseln Ah, die Deckung ist nahmisch gut Wow Aber man, wie schon treff ich den jetzt nicht Ich habe jetzt gar keinen Ich habe gar keine Deckung mehr Ich versuche es jetzt nochmal Jetzt aber Okay, jetzt weiß ich es auch Gehen wir mal hinterher Vorne Da ist einer Ah, da war mal einer Das haben wir Ich will Schmeiß immer wieder Granaten Ich will die eigentlich gar nicht schmeißen Okay Dann Okay, wieso kann ich jetzt nicht mehr wählen Jetzt aber Alles stürzt ein Bitte warten wir Ich bin ganz im anderen Frecken Da hinten ist einer Da hinten ist einer Dann haben wir Dann haben wir auch Dann ist auch noch einer Mist Ah, da ist auch noch einer So, wir sehen noch Okay, ich lauf mal mit denen mit Lade nach, bitte warten Lade nach, bitte warten Ja, da ist auch noch mal mit dem